Wir befinden uns auf dem Hof der Familie Meier in Westfalen. Wir züchten seit Jahrzehnten Dressurpferde und bilden sie bis zur Spitze aus. Sie finden uns auch im Internet, Dressurteam Meier. Vor Jahren sind wir angefangen und haben uns Gedanken gemacht, was machen wir mit dem Mist. Wir sind durch Zufall auf Heiner Kuhls durch eine Tagung gestoßen. Heiner Kuhls hat uns zu Anfang begleitet, beraten, da wir nicht Landwirte sind und nur etwas von Pferdezucht verstehen. Das Ergebnis sehen Sie hier, wir haben eine Maschine von Hippoterra und häckseln jetzt, wie wir sagen, seit zwei Jahren, knapp zwei Jahren. Und das System ist einfach den Mist durch den Häcksler transportieren. Wir fügen gleich Wasser hinzu, um den Rotteprozess sofort zu starten. Der Appel wird dabei zerschlagen, was sehr wichtig ist. Und ein weiterer Gesichtspunkt ist die enorme Volumenreduzierung. Wir fahren die Mistbox zweimal im Jahr bei 30 Pferden leer, lagern zwischen und wir haben jetzt in diesem Jahr erstmalig den Kompost, das ist ganz wichtig, nicht den Pferdemist, den Kompost, den kompostierten Pferdemist, ausgefahren auf unsere Wiesen und wir freuen uns auf die kommende Saison, die Erntesaison für Heuballen und Heulageballen. Untertitelung des ZDF, 2020